Tja, da ist er wieder, Onkel Bill. Und, was macht er? Er hat den Vögeln zu. Guten Tag, Entschuldigung, können Sie mir mal kurz sagen, wieviel Uhr es ist? Kurz vor fünf. Ah, dann hätte ich aber noch eine andere Frage. Wissen Sie, was das für ein Vögelchen ist, was da zwitschert? Nein, könnte eine Amsel sein? Eine Amsel? Ah, darf ich mir vorstellen, mein Name ist Onkel Bill. Freut mich. Wollen Sie mit mir ins Kino gehen? Hm, ich hab schon was anderes für ihn. Oh, es tut mir aber leid. Ja, dann verabschiede ich mich mal wieder, ne? Wie ist denn Ihr werter Name? Den möchte ich auch nicht sagen. Okay, dann lassen wir es dabei, dann gehe ich wieder zum Vögelchen, ne? Tschüss! Schade, hat nicht geklappt. Schade.